Tja, Leute, da wird es spannend an dieser Stelle. Bei Backstage Episode 014, 14 nämlich an dieser Stelle. Liebe Freunde da draußen, und damit melden wir uns hier zurück. Aus der Sommerpause. Ja, hast du auch gelesen. Ja, was? Ja, ich habe es gestern gepostet im Facebook-Medium, dass wir hier die Sommerpause hatten. Oh ja, die kleine. Das ist ja tatsächlich auch so gewesen, dass wir hier den einen oder anderen Tag nicht auf Sendung waren und euch diese tolle Sendung mit diesem Wahnsinnsformat vorenthalten haben. Aber da werden wir nachlegen heute bei Episode 14 und wir freuen uns drauf. Wie immer in unserer Manier kennt ihr es, wir werden nicht verraten, welche Tracks wir spielen, was wir für euch am Start haben. Es wird auf jeden Fall, ja, wir können so viel verraten, dass es am Anfang in einem ruhigen Aufbau sich befindet und zur Mitte knallen wird. We're building a house. Ja, Ghostbuster. Was du auch immer damit meinst, ich freue mich auf jeden Fall tierisch, dass du wieder dabei bist. Und natürlich hieß es Slimer. Das sind Pullover dreckig gemacht jetzt hier. So, und freue mich auf jeden Fall tierisch, dass du da bist, dass die Gäste hier schon im Chat sind. Ich kann die Namen gar nicht lesen, aber es sind einige schon mit am Start. Wir werden hier entsprechend zelebrieren, abfeiern, machen tun. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein mit guter, bester Hausmusik, Freunde. Auf geht's. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 So sieht's hier aus. Backstage Episode 14 hier. Von und mit Mr. JP Doyle. Und meiner Wenigkeit Mr. Eaglewing. Oh, die geht's hier ein bisschen groovy zur Sache, ihr hört's schon. Und ihr seid natürlich herzlich gerne eingeladen, den Kanal zu abonnieren. Gefällt mir auf, dem Video zu lassen und natürlich hier fleißig mitzukommentieren im Chat. Und damit begrüße ich alle Freunde, die hier so zahlreich erschienen sind. Und mitmachen. Teilt das Ganze gerne. Und dann grooven wir hier weiter. DJ Dali hier für euch am Start. Und ihr könnt gespannt sein, was der junge Mann hinter mir hier gleich zu bieten hat. Da wird's richtig nach vorne gehen. So viel kann ich versprechen. Jörg hat mir gesteckt. Er möchte hier die Spannungskurve aufbauen. Ich bin sehr gespannt. Ich werde dann in einer halben Stunde ungefähr wieder nahtlos das Ganze übernehmen. Und dann geht's hier weiter bei Backstage. Episode 14. Viel Spaß. Here we go. Und dann geht's mir wieder aufbauen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 The Purpose 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 You may be black, you may be white You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too or too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too or too or too or too high It don't make a difference in our house And this is great You may be too or too or too high It don't make a difference in our house And this is great And this is great You may be too or too high It don't make a difference in our house And this is great And this is great And this is great It don't make a difference in our house The way it is Was schraubst du denn so an dem Mikro rum? Ich muss mir erstmal die Haare richten, mein Lieber. Ach, die Sache. Oh nein. Ja, das Thema. Wir haben Haare, ja. Ja, weil die Haare haben gelitten während dieser Sendung. Das muss ich euch sagen, freut ihr da draußen. Denn hier hat eine stürmische Brise geweht im Studio. Ja, ich wurde ja gewarnt, aber... Wovor? Ja, vor der Brise. Das war ein leichter Lufthauch. Ja, gut. Dann wissen wir ja Bescheid fürs nächste Mal, was uns da erwarten kann, liebe Freunde da draußen. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Wenn ich am Anfang gesagt habe, dass wir die Spannungskurve aufbauen zur Mitte und dann hier zum Ende langsam wieder etwas smoother werden. Und ich glaube, so ist es gelaufen heute. Es hat einen wahnsinnigen Spaß gemacht hier mit euch da draußen im Chat, im, ja, Fernsehen hätte ich jetzt fast gesagt, so wie damals. Genau. Im YouTube, so wie es heute heißt. Mein Vater würde sagen, das Ding, wo da die Leute schreiben. Und es ist einfach geil. Es macht Spaß mit euch hier zu interagieren. Und ja, wir glaube ich sagen Dank an alle, die hier mit im Chat waren. Patrick, unser Regieassistent aus einem anderen Format, aus einem Ex-Format vorweg, der hier ganz, ganz viel toll mitgeschrieben hat und tolle Arbeit geleistet hat. Dich grüßen wir insbesondere und ja, was bleibt zu sagen? Geiler Abend, zwei Stunden coolste Mucke. Auf jeden Fall. Hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Was möchtest du erzählen? Weiß ich doch jetzt noch nicht. Das weißt du noch nicht. Wo willst du denn hin? Du willst mal gucken, wann wir die nächste Sendung haben. Tja, das will ich dir flüstern. Und euch, liebe Freunde, in vier Wochen. Ja. Ja. Und hast du ein Datum? Nö. Dann würde ich sagen, der 15.11. Liebe Freunde, am 15.11., ja, so ist es live, wenn hier die Sendung quasi definiert wird. Am 15.11. nehmen wir hier wieder Fahrt auf, um mit Backstage für euch hier in die nächste Runde zu gehen. Live aus Minden hier. Meine Wenigkeit und Mr. JP Doyle. Live from the Backstage ist es nicht ganz. Das war es damals in den 2000ern, 2001, 2003, 4, 5. Und heute machen wir hier mit viel, viel Freude das Revival, um für euch die beste House-Music hier an den Start zu bringen. Ihr habt es gehört. Es ging los mit einigen, ja, etwas leichteren, groovigeren Beats bis hin zu, ja, was kann man sagen? Ich weiß es auch nicht. Was war das eigentlich? Alles hausend. Das war schon Geballer. Ein bisschen. Ein bisschen. Chicago House, Music Sounds Better, With You als Klassiker dabei und so weiter. Du hattest mega geile Stücke dabei, muss ich Kompliment aussprechen. Und dann sind wir beide natürlich nochmal wieder runtergefahren, jetzt hier zum Ende der Sendung. Und das ist auch gut so. Toller Rundflug, tolle Rundreise. Nehmt uns wieder auf ins Programm, denn wir nehmen euch wieder mit in der nächsten Sendung, wenn es wieder heißt Backstage Episode 15 und das Ganze am 15. Ja, in diesem Sinne, macht es gut, Jörg wird euch noch Tschüss, Ciao und Auf Wiedersehen sagen, während ich die Sendung ausblende, weil hier ist Do-It-Yourself, in diesem Sinne, ihr Lieben. Macht es gut, bis dann. Ich wünsche euch Aua, Aua. Stell dich nicht nur an. Stell dich nicht nur an. Mit ein bisschen Geheule. Schön. Tschüss. Tschüss.